Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Ich stehe hier vor meinem Lieblings-Telekom-Shop. Heute ist der 31.12. Wir haben uns 11 Uhr und da ist richtig was los. Ich gebe da gleich noch ein paar Schifte und ein paar Pins ab. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt da stehen, bis zum Ende dieses Jahres quasi, dem gebührt ein dicker Dank auch den Kolleginnen und Kollegen natürlich, die in den Hotlines oder bei Social Media aktiv sind. Und hier kommen Kunden, die wollen noch 5.12 Uhr quasi ihren Magenta-TV-Anschluss oder wollen eine Rechnung klären oder einfach nur einen Mobilfunkanschluss. Danke an all die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier kurz vor Jahresende noch die letzte Schicht machen. Vielen Dank und hey, wissen Sie, es wird großartig.